Arte Noah veranstaltet alle zwei Jahre Kunstausstellungen, wo die besten Künstler und Stars von Österreich und aus acht Nationen daran teilnehmen und uns ein Werk spenden. Und einen riesen, riesen Dank vom ganzen Atenoa-Team und von allen Tierschützern und ich hoffe, die Zusammenarbeit wird weiterhin positiv verlaufen. Aufgrund der Gelder, die wir bei unseren Veranstaltungen lukrieren können, ist es uns möglich, den Tierschützern, die vorne in der ersten Reihe stehen, zu helfen. Außerdem helfen wir immer wieder bei Streunerkatzenkastrationen mit. Sehr häufig treten auch Tierhalter an uns heran, die mit einer sehr kostenintensiven Behandlung beim Tierarzt überfordert sind. Auch denen helfen wir immer wieder sehr gerne. Wo beginnt Tierschutz und wo endet Tierschutz? In unserer Arbeit im Tierschutz mussten wir sehr oft feststellen, dass Tierleid auch mit großem Menschenleid einhergeht. Arte Noah ist anders. Unser Zugang zum Tierschutz zeichnet uns aus, da wir nicht verurteilen. Wir versuchen zu helfen, Lösungen zu finden und aufzuklären. Deswegen ist es uns sehr wichtig, mit unserem Tierschutzpreis eine breite Masse anzusprechen. Bereits der erste Arte Noah Tierschutzpreis 2017 hat gezeigt, wie vielfältig der Tier- und Artenschutz in der Steiermark und im Burgenland ist. Wir sind wahnsinnig stolz auf unsere Preisträger und die Nominierten und hoffen dadurch, viele Menschen zu einem bewussten und artgerechten Umgang mit Tieren animieren zu können. Wir haben eine spezielle Unterstützung für die Aureliofinanzierung von Tierschutz. Wir können auf die Leerfurt und haben einen Knie anwärtig, dass der Teil der Leerfurt immer wieder verurscht. Untertitelung des ZDF, 2020